Grüß euch, ich bin der Maxi, ich bin beim Brostock Wirt Lehrling im zweiten Lehrjag im Beruf Gastronomiefachmann. Ich bin hier gerade beim Herrichten für eine große Weihnachtsfeier. Ich gebe dir noch den letzten Feinschliff mit der Dekoration mit den Weihnachtsstern, Tannenzapfen, Christbaumkugeln, die Menükarten habe ich gerade eingestellt. Und ich lerne den Beruf, weil ich daheim einen Betrieb habe, ein Gasthaus, und das möchte ich mal übernehmen. Und mir taugt einfach der Umgang mit den Gästen und mit den frischen Zutaten oder mit dem super Biofleisch von unseren Biolandwirtschaften neben mir draußen. Und ja, das macht mir halt einfach eine Freude. Ja. Ja. Ja.